Über Mund und Nase strömt sauerstoffreiche Atemluft in den Körper. In der Nasenhöhle streicht die Luft an den Nasenmuscheln entlang und wird dabei von Staub gereinigt, befeuchtet und angewärmt. Die Luftröhre ist ein Schlauch von 10 bis 12 cm Länge. Er wird von ringförmigen Knorpelspangen offen gehalten. Die Luftröhre teilt sich in die beiden Hauptbronchien, die in die Lunge, genauer gesagt in die beiden Lungenflügel münden. Es gibt eine weitere Atemtechnik, von der ihr vielleicht schon gehört habt. Dabei wird die Brusthöhle erweitert durch das Zusammenziehen und Abflachen des Zwerchfells. Die Lunge dehnt sich wieder mit. Mit dieser Bauchatmung kann man mehr Luft tiefer in die Lungen einatmen. Deshalb ist die Bauchatmung die effektivere und gesündere Atemtechnik. Eine kleine Zäsur. Bis hierhin haben wir die sogenannte äußere Atmung des Körpers beschrieben. Mit der Lungenvene strömt nun das sauerstoffreiche Blut zum Herzen und von dort in den Körperblutkreislauf. Aus den arteriellen Blutgefäßen diffundiert der Sauerstoff in alle Körperzellen. Dort beginnt nun die innere Atmung. Ein Blick in eine Alveole und die umlaufende Kapillare zeigt den Gasaustausch nun praktisch. Links bringt die Lungenarterie viel CO2 aus dem Körper. Es diffundiert in die Alveole. Rechts diffundiert Sauerstoff aus der Alveole in die Lungenvene und strömt von dort zunächst zum Herz und dann in den Körper.